Musik Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen an Bord auf unserem Flug zum Uranus! Hallo zusammen, mein Name ist Jessi und ich freue mich, dass ihr auch auf der heutigen Reise mit dabei seid. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg zum Eisriesen Uranus. Erinnert ihr euch noch an unsere bisherigen Reisen durch unser Sonnensystem? Nicht so richtig? Macht nichts. Das waren auch ganz schön viele Informationen zu den bisher besuchten Planeten. Das Wichtigste gibt es für euch jetzt noch einmal im Planeten-Schnell-Durchlauf. Merkur ist in vielem die Nummer 1. Venus ist eine strahlende Schönheit. Mars ist zu Recht ein kleiner Angeber. Jupiter ist der Allergrößte. Und Saturn ist der Herr der Ringe. Aber Uranus ist wirklich etwas ganz Besonderes. Er tanzt quasi aus der Reihe, er hebt sich von der Norm ab, er ist definitiv auffällig. Und dann auch irgendwie wieder nicht. Warum? Das verrate ich euch auf unserer langen Reise zum Eisriesen. Uranus ist ungefähr doppelt so weit von der Erde entfernt wie Saturn. Der Abstand zwischen der Sonne und Uranus beträgt 3 Milliarden Kilometer. Das sind umgerechnet 18 astronomische Einheiten. Sind wir schon da? Auf den ersten Blick fällt Uranus so gar nicht auf. Da er so weit von der Sonne entfernt ist, ist er mit dem bloßen Auge kaum wahrnehmbar. Er erscheint uns allenfalls als blasses, unscheinbares Sternchen. Sind wir schon da? Und damit hängt auch schon die erste Besonderheit des Planeten zusammen. Während Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn wegen ihrer guten Sichtbarkeit bereits eine gefühlte Ewigkeit bekannt waren, entdeckte Wilhelm Herschel erst 1781 den siebten Planeten unseres Sonnensystems. Das geschah auch mehr oder weniger zufällig und Herschel dachte zunächst, er hätte einen Kometen entdeckt. Erst weitere sechs Jahre später entdeckte Herschel auch die beiden größten Uranus-Monde, Titania und Oberon. Wie ihr wisst, bewegen sich Planeten auf ihrer jeweiligen Umlaufbahn um die Sonne und rotieren dabei um ihre eigene Achse. Uranus tut das auch, allerdings auf eine ganz besondere Art. Er rollt auf seinem Äquator um die Sonne, denn seine Rotationsachse ist um 98 Grad gekippt. Wissenschaftler vermuten, dass hierfür der Einschlag eines riesigen Objektes verantwortlich war. Allerdings sind auch die Monde und das Ringsystem von Uranus ebenso gekippt. Simulationen werden irgendwann dieses Rätsel lösen. Wir dürfen also gespannt sein. Ein Uranusjahr dauert 84 Erdenjahre und jede Jahreszeit auf Uranus somit 21 Jahre. Das alleine ist ja schon unvorstellbar für uns, doch es wird noch verrückter. Da Uranus auf seinem Äquator liegt, zeigt einundzwanzig Jahre lang ein Pol Richtung Sonne, während der andere Pol in völliger Dunkelheit liegt. Klingt irgendwie nicht so prickelnd, oder? Obwohl... Einundzwanzig Jahre lang Sommer, Sonne, Strandpartys... Sind wir jetzt schon da? Nein, noch nicht. Ich habe euch vorhin ja erzählt, dass Uranus um die Sonne rollt. Das tut er allerdings nur zweimal im Jahr und zwar immer dann, wenn einer der beiden Pole Richtung Sonne zeigt. Hier auf dem Bild seht ihr das also rechts und links neben der Sonne. Kleine Anmerkung, dieses Bild hier ist natürlich nicht maßstabsgetreu. So verrückt Uranus auch sein mag, sein Erscheinungsbild ist eher... langweilig... Sind wir schon da? Nein! Wie bereits erwähnt ist Uranus relativ blass. Seine Färbung hatte er übrigens dem Methan zu verdanken. Hinzu kommt, dass auf seiner Oberfläche keinerlei Struktur zu erkennen ist. Sein blasses, unscheinbares Äußeres macht es uns verdammt schwer, Uranus mit bloßem Auge zu entdecken. Falls ihr es aber doch einmal versuchen wollt, kommen hier fünf ultimative Tipps! Meidet jede Lichtquelle, auch den Mond. Ihr solltet euch an einen stockfinsteren Ort begeben. Ihr braucht einen klaren Himmel, ohne Dunst oder Nebel. Gute Augen können auch nicht schaden. Wenn man etwas sucht, sollte man wissen, wie es aussieht. Euch sollte die genaue Position von Uranus bekannt sein. Ein so kurioser Planet kann natürlich nicht auch einfach nach einer römischen Gottheit benannt werden. Wo kämen wir denn dahin? Dann würde er sich namenstechnisch ja nicht von den anderen Planeten unterscheiden. Deshalb ist Uranus der einzige Planet unseres Sonnensystems, der einen griechischen Namen trägt. Wir erreichen jetzt gleich unser Ziel. Wie gesagt, Uranus ist ein Eisriese mit Temperaturen von ungefähr 200 Grad. Minus. Zieht euch also bitte warm an. Wir sind da! Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Erkundung des Planeten und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin! Tschüssi!